Link ist eine in C-Sharp integrierte Datenbank-Abfragesprache. Der größte Vorteil ist die Unabhängigkeit von der verwendeten Datenbank-Technologie und in diesem Video geht es vor allem um die Queries, also die Link-Befehle zum Abfragen von Daten. Die beiden wichtigsten C-Sharp-Vorkenntnisse sind Collections, bei denen es ganz aktuell, jetzt so Mitte 2023, mit C-Sharp 12 ganz interessante Neuerungen gibt, aber jetzt auch nichts revolutionär Neues, also die wichtigsten Implementierungen des I-Enumerable-Interfaces. Es sollte einem auch vielleicht klar sein, was das I-Enumerable-Interface ist. Das wären wichtige Vorkenntnisse und zum anderen das Verwenden von Delegates beziehungsweise der Kurzschreibweise als Lambda-Ausdruck. Hier sind zwei Link-Abfrage-Ausdrücke, einer in Query-Syntax und einer in Methoden-Syntax, die beide dasselbe Resultat haben. Die Query-Syntax, also das obere, auf vier Zeilen verteilt, erscheint erstmal besser lesbar. Es ist dem typischen SQL-Syntax sehr nah. Es scheint hier vor allem auch gut lesbar, weil wir dem Ganzen halt vier Zeilen spendiert haben. Die Methoden-Syntax unten steht nur in einer Zeile. Natürlich, wenn man jetzt mit eben einem Lambda-Ausdruck nicht so befreundet ist, dann spricht einem die SQL-ähnliche Query-Syntax auch eher zu. Und sie erlaubt das Verwenden des Let-Schlüsselwortes. Das ist bei der Methoden-Syntax nicht verfügbar. Hier ein weiteres Beispiel, zwei Abfragen mit identischem Resultat. In diesem Beispiel finde ich auch die unteren vier Zeilen Methoden-Syntax besser zu lesen als die oberen sechs Zeilen Query-Syntax. Die gängigsten Link-Methoden sind hier aufgelistet. Das sind die Schlüsselwörter, die man je nach Anwendungsfall und Bedarf mit der Zeit benötigt und erlernt. Die beiden wichtigsten Operatoren für den Beginn sind die Select- und Wear-Methode. Ich spreche von Methoden, weil ich die Methoden-Syntax bevorzuge. Bei der Query-Syntax würde der Begriff Operator mehr Sinn ergeben. Die Wear-Methode erlaubt das Filtern von Elementen und gibt diese als eine neue Ansammlung vom selben Typen zurück. Als Parameter wird eine Funktion erwartet, die jedes Element auf eine Kondition testet. Diese Kondition wiederum muss wahr oder falsch im Ergebnis haben. Im Code-Beispiel wird erst ein Array erstellt. Dann erzeugen wir eine Link-Abfrage, die jedes Element auf die Bedingung größer als 4 prüft, speichern das Ergebnis in der variablen Resultat und geben die Sequenz anschließend auf der Konsole aus. Zur Erinnerung, das FuncDelegate, das hier verwendet wird, ist ein Build-In Delegate mit generischen Übergabe- und Rückgabewerten, zu dem dieser Lambda-Ausdruck hier ausgewertet wurde. Der Typ des Übergabewertes wird aus der ursprünglichen Ansammlung, hier einem Integer-Array, übernommen und der Rückgabewert ist stets Boolean bei der Wear-Abfrage-Funktionsparameter. Die Hilfsvariable kann auch eingespart werden und der Link-Ausdruck direkt im Schleifenkopf ausgewertet werden. Dadurch wird der gesamte Code ein bisschen niedlicher, jedoch auch schwieriger zu lesen. Wear filtert Daten und gibt stets eine Ansammlung des gleichen Types zurück. Mit Select können bestimmte Eigenschaften oder Methoden aus einer Ansammlung ausgewählt werden. Der Rückgabetyp ist dabei von dem Ausdruck selbstabhängig, der im Parameter steht. Im Beispiel haben wir jetzt nur ein Array mit Integers. Wenn es zum Beispiel Entitäten vom Typ Student, könnte mit der Wear-Methode auf Studenten mit weniger als zwei Semestern Studienzeit gefiltert werden und aus der resultierenden Sequenz mit Select die jeweilige Anschrift der gefilterten Studenten ausgewählt werden. Hier, wie gesagt, ist es nur ein Integer-Array im Beispiel und deswegen wird da einfach ein String Hallo angehängt und im Resultat erhalten wir eine Sequenz vom Typ String zurück. Klammer auf, implizite Konvertierung, Klammer zu. Im letzten Beispiel handelt es sich weiterhin um dieselbe Abfrage wie zuvor, allerdings sind die Abfragen in eigene Methoden ausgelagert. Es handelt sich hier um Referenzen auf die Methoden. Die Methoden werden erst beim Auswerten des Link-Ausdrucks aufgerufen. Nochmal kurz das Beispiel vom Anfang. Schauen wir auf die Methoden-Syntax. Dies ist noch ein relativ einfacher und simpler Ausdruck und im besten Fall bleibt es auch stets einfach, simpel und verständlich. Es gibt wie immer viele Wege nach Rom, gerade bei Link. Link-Methoden sollten immer stets gründlichst getestet werden auf Fehlverhalten und selbst dann gibt es meistens auch noch Verbesserungspotenzial, auch weil die Link-Sprache sich mit der Zeit weiterentwickelt und neue Features bekommt, neue Möglichkeiten, gewisse Abfragen einfach schicker, eleganter, besser lesbar und effizienter zu gestalten. Und in diesem Sinn immer schön weiterentwickeln und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.